so leute letztes mal haben wir ja hier aufgehört bei dem bei dem unlogischen davon na so hieß der und heute spielen wir daran weiter also der der fall ist so verdammt unlogisch nur ich weiß gar nicht warum der unlogisch ist deshalb ist da unlogisch also ich habe ihr versteht es selbst kann man am anfang hin genau und ich wette man kann nur am ende drauf laufen internet problems aber klar schei gedämpfte was passiert durch das anschließen ein überhaupt nicht so da ihr tut an der stand ich verstehe es nicht warte kommt nein man kann sich mit der nicht schleudern oder kurzer test bin so lost und sagt nicht da schon das ziel okay es kommt noch was soll sagen das haben wir ein zwei minuten fahrt es war so klar warum wollte ich das überhaupt man ich dachte das wäre jetzt einfach nur so zu den anderen level so im gang wo kommt der tour hinten wo kommt der tour touch ich sag euch das endet scheiße ich sag's euch möchte eigentlich gar nicht es hat gut geendet warum mache ich das mache es war doch so was fliegen auch an der seite es ist sowas von falsch es war so klar dass sie nicht funktionieren mein gott dicker die tour map das ist keine unlogical map das ist eine scheiße wage map ok muss ich vielleicht die ersten überspringen probiere nochmal die andere seite nicht dass ich sonst kürzlich gleich ärger wenn ich den clip hole ja ok leute ich würde sagen ich schon wenn man tipp war ich habe überhaupt keine ahnung was man hier zu tun hat go ahead dicker verarscht mich nicht warum kann ich ich habe keinen bock mehr ich habe keinen bock mehr warum tut man mir das an mein gott ich habe keinen bock mehr egal ich kann nicht mehr ja genau ich meine dich kann ich nur so scheiße springen genau ich habe mit dir geredet also am anfang kann man noch vernünftig springen kann ist das die lösung ich habe keine ahnung ich war schon wieder ein tipp hat noch an 20 seconds falls und lässt das hat zeigt doch doch hin oder ein unterstand was für schock wenn ein Warum kann ich jetzt plötzlich da hinschießen? Ich check es nicht. Hä? Ich check es nicht. Warum geht das? Hä? Und warum habe ich mein Gastes in Witz? Hab, dass du wieder voll? Hä? Okay. ? Du haste. Du bist. Du bist. Du bist. Jeff. lol das ist nicht wahr jetzt ist doch noch mein wlan weg ich lasse dich das video nenne wlan bricht mit in der aufnahme ab